Hallo und herzlich willkommen zurück! Ja, du fiese Ratte, geh doch weg. Ich habe es wieder geschafft, mein Fraps zum Laufen zu bringen. Oi oi, Axel, Pixel. Und zwar, es ist an dem gelegen, ich habe am falschen Ort eingesteckt. Das war der einzige Grund. Anstatt links, hatte ich es rechts. Es lag doch noch ein bisschen, aber es soll uns nicht stören. Was kann man da machen? Ach, jetzt muss er wieder runter. Was macht er jetzt? Oi! Ja, und jetzt war das. Was war das? Ah, genau. Ich muss irgendwie runterfliegen können. Okay, dann vergeht das noch nicht. Ich muss jetzt erst andere Sachen machen. Jetzt wieder eine Farbtaube. Ja, die holen wir noch jetzt, hoffe ich. Soll ich? Haha, nein! Pixel! Ich habe erst gar dir mal gar eine Idee. Haha, das lustige Mugel. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiss einfach, dass ich mit denen irgendwie runter schwebe. Aber jetzt... ...liegt sich daran, weil der Hund noch nicht geholt hat. Jetzt geht es schon weiter über. Ja, siehst du. Ja, gell. Wenn jetzt mit den Legs arbeite ich es nicht. Jetzt schon fährst du. Los, los, rüber! Geh rüber, Hoschi! Genau. Tattara-tah! Tattara-tah! Hoi! Viechli! Ah! So ein Sohn! Sam! Okay, dann wieder einmal siehe. So, einen kurzen Moment bitte. So, gut. Jetzt wird es ein bisschen besser laufen. Nehmen wir den Anker. Keine Ahnung, für was. Die Leitere. Aha. Sehr schön. Und ich brauche noch diese Trüffel. Gesell. So! Noch mal dasselbe Spiele. Ja, hey, ich bin richtig erleichtert, dass mein Fraps wieder geht und ich alles aufnehmen kann, was ich will. Ja, es war echt deprimierend. Ich hätte nur noch Emulatoren-Sachen. Oder Skyrim, die ich im Moment gar nicht aufnehmen will. Wo ich zwar aber noch eine gute Idee gefunden habe vom Green Ray, dass ich einfach alle paar Stufen wieder ein Video mache. Das kann ich so nachher... Da! Nimm das! Jetzt ist er lieb. Yes! Ja, und äh... Skyrim hätte ich aufnehmen können, Minecraft hätte ich nicht aufnehmen können, auf das habe ich im Moment auch keine Lust. Und Emulatoren, da hätte ich ganz viele Ideen, aber das kommt alles. Hey! Pixi! Oh, schau mal die fiesen Würmer an. Gib mir das. Aha. Ah ja, ist ja gut. Hm, epi. Okay. Okay. Wenn der uns das nicht freiwillig geben will, müssen wir halt da etwas machen. Ich weiss einfach nicht mehr was genau. So. Ui! Okay. Ähm... Tanzende Blümchen wieder. Mal? Ja, gehen wir mal da raufschauen. Also ich weiss, dass wir das Zahnrad sicher für da oben brauchen. Ich brauche noch etwas zum vermantschen. Ah, da hinten. Ja, das ist es. Das habe ich gesucht. Wir sind jetzt ganz gemein, weil er ist gemein zu uns, oder? Hehe. Damm, 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 damm! Sehr schön. Hoppa! Nimm das! Hehe. Hehe. Aha, sehr schön. Nice, nice. Und das geht ja richtig schnell mit diesen Levels, he. Also das erste Mal durchspielen, klar geht es ein bisschen länger. Aber das ist so linear, das Spiel. Also das ist... Das kann man gar nicht lange haben, ehrlich gesagt. Und trotzdem gefällt es mir oben, weil es einfach mal etwas anderes ist. Das ist etwas Angenehmes, etwas Lockeres. So. Jetzt weiss ich gar nicht genau, was ich machen, ehrlich gesagt. Ja, das ist klar. Ah, genau. Wir können jetzt ein Teil holen, während die Viechli da am Essen sind. Wir müssen wahrscheinlich noch mal... Okay, sehr schön. Jetzt haben wir da irgend so ein Angel Ding. Ich weiss auch nicht mehr genau, was das sein sollte. Sagen wir mal. Was sollte das sein? Keine Ahnung. Ah, genau. Es ist natürlich ein Spüeli. Ganz klar. Ja. So sieht es los. So Pixel, kommen wir weiter. Okay. Er ist schon weiter gelaufen. Ah, das fühlt sich wieder sehr schön. Wo sind die Viechli? Haha, dort. Dann ist ja alles so wie vorher. So, was haben wir da? Ja, gehst du mal runter. Ah, Abla. Oh. Dios mio. Nein. Gump. Gump. Ah. Mist, da muss ich ja wieder so arbeiten. Ach, so ein Seich. Ich sage es so einfach. Ui, du. Zum Glück ist der noch nicht frei. Und. Man kann sterben anscheinend. Ach Leute, ich sage es so einfach. Das ist so ein Seich mit diesen Pfeilen. Weil ich habe meine Hand an den Mausen oder nicht an den Pfeiltasten. Und dann kommt auf einmal so etwas. Hm. Nein, nein, nein. Ah, yes. Ich habe es geschafft. Ich habe gemeint, ich habe uns versaut. Gut. Ja. Ähm. Gehen wir halt wieder zurück, oder? Nicht. Gehen wir nicht irgendwo runter? Ja. Gehen rüber. Ah, rüber. Gut. Jetzt... Jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr, was ich machen muss. Was ist denn hier vergangen? Die habe ich ja gar noch nicht gesehen. Gehen wir erst. Auf jeden Fall, dass wir es irgendwie an das Gitter laufen können. Ah, nein, nein, nein. Genau. Pixel. Genau, komm. Pixel. Hopp. Genau. Ach komm schon. Hallo. Bring die Leitere. Oder... Oder das. Seil. Jetzt tun wir es mal zu tun. Was machen wir nicht. Sieht noch geil aus, dass du ein Hirschkabermessig bist. Ok. Okay. Hercules. Okay. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was jetzt passiert. Oh shit, ja genau, da muss ich irgendwie... Ah, da muss ich nach vorne zickeln. Hallo, ja, ich habe dich gesehen. Es ist jetzt echt wieder etwas mit den Pfeiltasten. Hallo? Ah. Ah ja, Toro. Okay. Das wäre es schon. Ja, ja, aber... Hey, da oben haben wir hier die Leitern. Ich würde gerne einen Knochen holen. Hallo? Gibt es nicht einen Knochen irgendwo? Ja. Ah, 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 aha. Ah, ah, aha. Das sehe ich doch. Hallo, ich sehe ihn doch. Da. Nein, hätte ich noch da oben sein müssen. Ja gut Leute, ähm, ich will mir den Rast holen, sorry. Ich will den Rast. Das arbeitet man schon in dieser Zeit. Komm schon. Ich will den... Oh nein, jetzt müssen wir uns erst rüberrennen. Also komm, Stein leg. Los, hält dich fest. Du Axel, du. Ja, und vielleicht heisst es jetzt auch Axel and Pixel oder Pikesel oder Axel and Pixel, Axel and Pixel. Ich finde Axel und Pixel klingt etwas lustiger. Ah, hoppla. Hey, gib mir den Baum. Ah, jetzt kommt zuerst das wieder dran. Kann man das nur genau im richtigen Moment machen, oder was? Ja, los. Hund, mach mal schneller. Jetzt können wir den Fledermäusen. Ja, spült es vor von mir aus. Los. Das ist so sinnlos. Ich könnte Time Wasting haben. 100%ig von den Entwicklern so gemacht. So. Oh, sie wollten einfach den Pixel noch kleinbinden. Das kann auch sein. Hotododo. Jetzt haben wir einen. Aha. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Genau, Lila-Bala-Lila-Lila-Lila. Das sage ich auch nicht. Was machst du jetzt? Ich kann doch was sagen. Los! Ja, ich mache da ganz kurz einen Aufnahmeunterbruch. Und wir sehen uns dann am Ende des Levels. Sorry, gell? Bis dann. So, sorry für den komischen Schnitt, aber wegen ein paar Sekunden hätte es mir dann wahrscheinlich nicht mehr gelangt. Und das wollte ich nicht. Ja. Streck, Honigfalle. Das ist der neue Level. Wir sehen es. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Peace!